servus freunde der unterirdischen unterhaltung ja als kleines spezial gibt es jetzt einen kartenausschnitt aus einer russischen dokumentation aus dem jahre 2003 also das sind jetzt nur screenshots zusammengebastelt und ja die karte habe ich leider nicht im original vorliegen auch nicht als kopie oder ähnlich da müssen wir uns jetzt damit begnügen genau wer das russischen mächtig ist kann ja die doku mal auf youtube suchen und gerne in die kommentare als link einstellen also die verlinkung dazu einstellen ja und zwar hier unten genau wir fangen einfach an hier unten das ist ortruf das hier ist das truppenlager und das hier ist die villa mühlberg das sogenannte kupferschloss alleine dazu dazu wird es noch mal ein eigenes video geben das ist eine ganz interessante geschichte mit diesem bauwerk ja und zwar geht es von hier aus los und zwar hier soll ein gang beginnen der dann hier unter dem truppenlager entlang verläuft und dann hier beim amt 10 mündet ich musste jetzt genau nachgucken das ist eine etwas eine karte etwas jüngeren datums aber das hier ungefähr müsste die ecke vom amt 10 sein steht ja auch bunker irgendwas was das für eine einzeichnung noch ist ob das eine höhle ist oder irgendwas keine ahnung also ich kann nur das erste wort lesen das ist bunker und keine ahnung was dahinter noch kommt ich hatte es auch mal in es war auch mal eine forum diskutiert worden aber ich habe mir jetzt nicht gemerkt was wie genau die beschriftung war ja dazu kann ich sagen dass der bau des amt 10 roundabout 1,1 millionen reichsmark gekostet hat und aber also der hauptbunker mit nebenbunker zusammen das alleine waren schon 1,1 millionen da gab es jetzt noch weitere kosten und aber ein aufgeführtes auf der rechnung auch stollenbau für 550.000 euro das heißt für die hälfte für den gesamtpreis für die unterirdischen bunker bauten was unverhältnismäßig viel erscheint das wäre vielleicht eine erklärung wenn man hier noch ein bisschen tunnel gebaut hat ja machen wir erstmal kurz hier oben weiter das soll vermutlich auch noch irgendwas sein hier weiß ich leider gar nicht mehr ob da eine beschriftung zu erkennen war das soll auch noch irgendwas unterirdisches sein genau so hört sich das besser an und hier gehen jetzt vom am 10 geht der stollen dann weiter richtung jonastal über den truppen übungsplatz hier verläuft er allerdings nicht mehr gerade mit so knicken also nicht mehr in geradliniger form sondern ist dann ein wenig ja könnte man den freistiel gebaut genau so hier geht es weiter dann kommt hier die nächste beschriftung das müsste meiner meinung nach ein erdfall sein man korrigiere mich hier ist auch der name von der doku da kann jeder gerne auf youtube suchen und ja hier verläuft der tunnel weiter so genau das müssen wir mal gucken wir sind immer noch im gebiet des truppen übungsplatzes hier steht auch objekt olga ich bin mir nicht ganz sicher aber das erste ist objekt das könnte olga sein da haben wir hier oben ein ja das könnte ein nachrichten objekt sein genau daneben soll sich dann aber auch wieder etwas unterirdisches befunden haben das steht dann hier da weiß ich allerdings nicht was das wort bedeutet ja dann ist hier oben noch was das ist aber leider absolut schlecht zu erkennen beziehungsweise gar nicht zu sehen an der vergrößerung hier steht noch irgendwas zu dem tunnel ich bin der meinung das letzte hier ist tunnel aber das wie gesagt nur schwul russisch vom schlechteste güte was ich habe dann der stollen verläuft dann hier richtung der offiziellen 25 stollen hier steht auch wieder objekt s3 dann ist hier oben noch irgendwas gewesen ist es leider alles nicht mit drauf auf der karte und hier sind wir dann im bereich der ja heutigen stollen anlage allerdings unterscheidet sich hier die einzeichnung doch ein wenig von den aktuellen von der aktuellen stollen anlage wie man sie heute vorfindet ja was genau wie wo drüber drunter dahinter nicht drüber drunter ja eins von beiden kann man sich aussuchen wenn man jetzt den heutigen stollen minus eins nimmt dann könnte man mutmaßen das würde drüber liegen es könnte aber auch genauso gut in der tieferen schicht drunter liegen also ja hier oben dann anscheinend noch mal ein erdfall mit 20 metern und ja das war es eigentlich dann schon mit der karte hier habe ich noch einen gesamtausschnitt aus dem film hier kann auch jeder genau ablesen wie die doku die hießen hat und ja das nachvollziehen und das hier ist noch mal die gesamte karte aus dem video wo halt an bestimmten punkten ran gesucht wurde und damit viel glück gut kann man hier oben doch das auch noch alles vielleicht irgendwie wenn es jemand besser kann heraus bearbeiten oder wie auch immer ja ich will es gar nicht so lange machen das war es auch schon kann man sich ja in ruhe noch mal zur gemüte führen wenn es interessiert und ja bedanke ich mich und dann bis zum nächsten mal mal zur gemüte